Ich bin ja eher so die Motivationscoach und ich bin dann eher so Abfahrt. So Leute. Baus jetzt. Ihr seid alle raus. Was ist die jetzt so? Ich stehe auf. Redwood. Ich will hier Dollarschein. Guck mal bitte kurz mit, ich hab ein kleines Geschenk für den. Ach, ich will natürlich die beiden. Jo Max. Jawoll. Kann jemand was zu snacken für mich? Mein Magenknoten. Ne leider nicht. Eine Wunder für die Lady und den Herrn auf mich. Ah, ist es. Wow. Oh, gracias. Da ist er. Okay, jetzt könnt ihr anmachen was ihr wollt. Was ist es? Oh, nein. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, nein. Es ist einfach super, ohne Witz, einfach super. Everybody's watching with that. Oh, I'm going to get that one. Ah, wow, where is it? I'm going to get it. Aria! Do you want to get the crystal? Do you want to get the crystal? I want to get the crystal. Ich steck dir auch 2 Dollar raus. Ja, komm. Ich hab was anderes erwartet. Ich hab was anderes erwartet. Ich hab das Klasse. Ich hab das Klasse. Ich hab das Klasse. Ich hab da so einen Fleck auf dem Schuh. Kannst du den mal weg machen? Sechste Mercedes. Alle Jungs wissen mit. Ein bisschen Sex für die Mädels. Und auf 100 dein Fick. Dein Gesetz keine Regeln. Es ist Kohle verdient. Denn so lässt es dich leben. Niemals ohne mein Team. Auf 32,80. Belinda ist Armstatt. 23,80. In meinen Uberslag. Scheiße. Ich mag die jetzt nicht.